Seid gegrüßt. Aktuell gibt es ein paar Videos von Blizzard mit neuem Gameplay zum Add-on. Und da sind natürlich ganz viele Detektive aktiv geworden, die dann nach Indizien gesucht haben, was sich vielleicht in diesen Videos noch verstecken könnte an neuen Infos, die uns noch nicht bekannt sind. Und da wurden einige gefunden. Wowhead hat auch einen Artikel veröffentlicht, wo die nochmal ein bisschen zusammengetragen wurden. Ich möchte heute einmal diese Sachen zusammenfassen und auch darüber reden, ob für mich jetzt klare Beweise dabei sind, dass es ein Endlosparagon geben wird oder nicht. Und dann möchte ich vor allem auch nochmal darüber reden, ob wir überhaupt ein Endlosparagon brauchen. Also meine Meinung, das ist ein Meinungsvideo dann an dem Punkt. Also ich werde meine Meinung abgeben, wie ich dazu stehe zu einem Endlosparagon. Und ich habe auch eine Umfrage gestartet und da sieht man, wie ihr dazu steht. Aktuell läuft die noch und nach dem Video wird die auch noch weiterlaufen. Mal gucken, wie sich das dann nach dem Video ändert, die Ergebnisse. Und wir gehen einmal rein, denn das erste Indiz war dieses Bild hier, wo man gesehen hat, es gibt mehr Skillpunkte. Und das ist ganz klar, dass es mehr Skillpunkte geben muss, weil die Skillbäume nämlich größer werden von allen Klassen. Also nicht nur die neue Klasse, sondern jede Klasse bekommt größere Skillbäume. Und die scheinen dann schon auch sehr viel größer zu werden, denn wir bekommen also mindestens 11 neue Skillpunkte. Das alte Maximum war nämlich 58 und jetzt haben wir hier eine 69 stehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die 69 das Maximum ist oder vielleicht eher die 70. Ob die jetzt hier in dem Screenshot alle Skillpunkte schon freigeschaltet haben oder nicht. Denn es gibt aus meiner Sicht zwei neue Skillpunkte beim Ansehen. Jede Region gibt ja immer zwei Skillpunkte. Da wären wir schon mal bei 58 plus 62 und dann gibt es eben 10 Level mehr für die Skills zum Freischalten. Und dann wären wir bei genau 70. Also ich glaube irgendwie 70 ist Maximum, aber das ist mir jetzt auch nicht wirklich wichtig, ob es 69 oder 70 ist. Es gibt auf jeden Fall mehr Skillpunkte. Und das bedeutet allerdings, dass sich was am Paragon-System ändert. Denn das neue Level, wo man Skills bekommt, ist jetzt das neue Level-Cap ist 60. Und dann müsste man jetzt ja die Paragon-Punkte von 60 bis 100 bekommen. Die gleichen wie vorher wäre möglich gewesen, statt 4 pro Level eben 5 pro Level. Aber was passiert, wenn es noch ein Add-on gibt und das Level dann 70 ist? Dann würde das Paragon-System spätestens dann nicht mehr richtig funktionieren mit den fehlenden Leveln. Und deswegen wird sich auf jeden Fall was ändern. Und da gibt es jetzt ja auch schon die nächsten Beweise. Das sehen wir nämlich in diesem Bild hier. Da ist nämlich die Level-Anzeige einmal aufgetaucht. Und da sehen wir hier die 60. Und dann ist da aber eine 1 drunter. Und das ist nämlich genau das Ding. 60 ist das neue Max-Level. Und ab dem Moment levelt man nur noch unter der 60 und zwar das Paragon-System hoch. Und man sieht auch, dass diese Viertelbalken hier weg sind. Also nehme ich an, wenn der Balken voll ist, gibt es einen weiteren Paragon-Punkt. Und es könnte sogar sein, dass es jetzt nicht ein Level direkt 4 gibt, sondern wirklich, dass diese Level dann ganz, ganz schnell durchrauschen. Aktuell gibt es ja 225 Paragon-Punkte, wenn man es ansehen und so weiter hat. Durch die Level selber gibt es genau 200. Und es könnte sein, dass das dann hier sogar bis 200 steigt. Das wissen wir alles noch nicht. Oder Paragon-Level 1 gibt direkt 5 Punkte auf einmal. Weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall gibt es eine extra Zahl. Und das ist natürlich deutlich angenehmer für die Entwickler, wenn es dann darum geht, noch ein weiteres Add-on hinzuzufügen mit noch mehr Skills. Dann könnte hier einfach eine 70 stehen. Und das könnte hier unten einfach weiterlaufen. Also es war sowieso wichtig, dass das quasi neu wird, das System. Und das finde ich erstmal richtig gut. Und da kann man ja auch nichts schlecht finden dran. An der Stelle nochmal kurz der Hinweis. Bei meinem Partner Holy, die machen ja zum Beispiel Eistees, Energydrinks oder Sportgetränke, komplett zuckerfrei alles. Gibt es jetzt drei neue Sorten bei den Sportgetränken. Also Hydration heißen die. Und zwar Kokosnuss, Sauerkirsche und Ananas. Ich selbst nutze inzwischen sehr oft hier die Sportgetränke, weil ich ja im Sommer viel Beachvolleyball spiele und da schwitze ich viel. Und da sind nämlich die Elektrolyte und Mineralstoffe eben nützlich, damit man da nicht umfällt. Und bei den Boxen hier ist es so, dass der Shaker aktuell sogar gratis dazu ist. Also wenn ich hier schaue, die normale Packung kostet 40 und mit dem Shaker dazu kostet es auch nur 40. Also hier 10 Euro Rabatt sind drin. Und der Rabattcode von mir geht sogar nach oben drauf. Also 5 Euro mit Vitablo 5, wenn ihr Neukunde seid. Oder 10% mit Vitablo, wenn ihr schon mal bestellt habt. Das läuft fast aufs Gleiche hinaus hier bei dem. Aber mit Neukunde ist es noch 1 Euro dann mehr hier bei der Packung. Und es ist so, dass das hier ein Pulver ist. Das heißt, in dem Shaker macht ihr Wasser rein, Pulver rein. Und auch bei den Sportgetränken mache ich mir trotzdem dann noch ein paar Eiswürfel rein. Dann löst sich das auf und dann könnt ihr beim Sport das genießen. Und ich bin da inzwischen wirklich ein großer Fan. Vor allem, weil die Geschmacksrichtungen einfach echt geil sind. Meine Lieblingsrichtung hier bei den Hydration ist übrigens Kiwi Erdbeer. Also Strawberry Kiwi heißt die. Mega geil, kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr hier einen kauft, dann unterstützt ihr mich auch dabei. Also vielen Dank. Den Link dazu findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Video. Es gibt auch noch ein paar mehr Beweise, dass es wirklich Level 60 ist, das neue Max. Denn einmal steht jetzt bei der Rüstung der Tags, dass man eben so und so viel Rüstung braucht mit Level 60 für die maximale Schadensreduktion. Und das war ein Screenshot von einem Charakter, der nicht Level 60 war. Sonst wären die Werte nicht so hoch. Und die Levelanforderungen der Tränke wurden angepasst. Damals ging die bis 80 hoch und jetzt nur noch bis 56, der niedrigste, den man hier sehen kann. Also es ist auf jeden Fall klar, Level 60 ist das neue Max-Level. Und dann gibt es Paragon-Punkte zusätzlich. So. Gibt es denn aber jetzt Beweise für ein Endlos-Paragon-System? Nicht wirklich. Also das, was ihr jetzt gesehen habt, was ich gerade gezeigt habe, sind alle Indizien, die wir haben. Und das Einzige, was man sagen kann, ist, dass eben sehr viel aus Diablo 3 jetzt auf einmal kommt. Wie zum Beispiel Pets. Und gut, Söldner gab es auch überall anders. Also so viel von D3 kommt jetzt vielleicht doch nicht. Aber Pets kommen auf jeden Fall. Und man hat ja gesehen, dass Blizzard bereit ist, eben viele Sachen, die... Ach ja, die Pit, die Grube. Genau, die Grube aus Diablo 3. Also Blizzard hat gezeigt, die nehmen gerne jetzt einfach mal ein paar Sachen von Diablo 3, die gut angekommen sind. Und übernehmen die in Diablo 4, weil sie da kein Risiko haben, weil das dann die Leute feiern werden. Und dementsprechend könnte man schon alleine deswegen meinen, dass auch ein Endlos-Paragon-System dann relativ wahrscheinlich ist. Trotz allem, es gibt keinen einzigen Beweis oder so, nichts, was darauf hindeutet, aktuell, dass es kommt. Und jetzt ist es vielleicht eher so, an uns vielleicht nochmal zu entscheiden, was wir überhaupt wollen. Ich bin bei meiner Meinung relativ klar, dass ich das nicht haben möchte, ein Endlos-Paragon-System. Ich habe aber auch schon eine Umfrage gestartet, die bei meinem YouTube-Kanal läuft. Die verlinke ich auch nochmal unten. Und bei der Umfrage sieht es so aus. Ich mache nochmal kurz F5, mal schauen, wie die sich gerade gewandelt hat. Wir sind jetzt bei 900 Leuten, die schon abgestimmt haben. Und es ist aktuell sogar so, dass 61% das unendliche System wollen. Und ich bin einer auf jeden Fall der 39. Denn ich finde das ganz verrückt, um ehrlich zu sein, dass jetzt so viele das unendliche Paragon-System wollen. Denn was heißt denn unendliches Paragon? Wir hatten früher mal ein Level 100, was viel, viel länger gedauert hat zu erreichen als heute. Und ich weiß ganz genau, dass früher die breite Masse, also es war wirklich die Mehrheit, gesagt hat, dass es ihnen zu lang dauert, Level 100 zu erreichen. Und das Spiel für die erst losgeht, wenn das erreicht wurde, dieses Level. Aber das ist doch der direkte Widerspruch zu einem endlosen Paragon-System. Weil das genau dasselbe ist. Es wird quasi wieder viel, viel länger dauern, dann, also man wird wieder viel mehr Zeit mit Leveln verbringen, weil es ja eben gar keinen Level-Cap mehr gibt. Und genau das war aber schon mal da, dass es länger dauert. Und das wollten die Leute nicht. Die wollten schnell fertig sein. Aber bei dem Endlosen-System wird man niemals fertig werden. Und das nächste ist, dass das gerade für wenig Spieler sogar was Schlechtes ist, weil die ja sogar immer happy sind, wenn sie ihre Level 100 erreicht haben. Und wenn das nicht so lange dauert, weil sie dann wissen, so, jetzt können sie sich auf Items fokussieren. Aber jetzt wird es dadurch, also wenn das kommen soll, das Endlosen-System, wird das ja, wenn überhaupt, die Vielspieler begünstigen. Die immer weiter und weiter und weiter davonziehen, weil die nicht nur mehr spielen, sondern auch, weil die effizienter spielen. Dadurch wird es wieder eine viel, viel größere Differenz geben zwischen Vielspielern und Wenigspielern. Außerdem kannst du dadurch wieder viel schwieriger das Spiel balancen, was sowieso gar nicht gut balanced ist aktuell. Weil eben dann diese Spanne zwischen Wenig- und Vielspielern noch viel größer wird durch die ganzen Paragon-Punkte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass dann sogar wieder ganz fiese Sachen ins Spiel kommen, wie Botter, die durchs Botten immer mehr und mehr Paragon-Punkte bekommen. Oder eben wieder extreme Gruppen-Abuse-Methoden. Sorry für das Englisch, aber zum Beispiel Split-Farm in der Gruppe. Oder dass Leute dir Monster zusammenpolen und der Streamer dann vorbeikommt und nur die ganze XP abstaubt. Also es wird dann wieder alles viel, viel extremer in dem Bereich. Und da war ich eigentlich sehr glücklich, dass man jetzt Level 100 relativ zügig erreichen kann. Und dann ist es das erstmal gewesen. Und dann kann man sich auf seine Items konzentrieren. Denn stärker werden kann man ja trotzdem noch durch Items. Und ich finde, ein ARPG ist am besten, wenn im Endgame vor allem die Item-Jagd das ist, worum es geht. Und nicht dieses stumpfe Endlos-Leveln. Da habe ich tatsächlich gar keinen Bock drauf. Und mich wundert das wirklich, dass das so viele, zumindest jetzt gerade noch in der Abstimmung, es sind ja noch nicht so viele, aber 900 Leute, dass so viele das geil finden. Und ich würde gerne, dass ihr mir das mal erklärt, was daran so geil ist. Weil vor einem halben Jahr alle sich beschwert haben, dass Level 100 zu lang dauert. Ich weiß noch, wie viele sich da beschwert haben. Aber natürlich kriegt man halt immer nur die, mit die sich beschweren. Und ich bin aber tatsächlich davon ausgegangen, dass die Minderheit aktuell das Endlos-Baragon-System will. Und die Mehrheit dagegen ist. Ich wurde durch den Pol zumindest bis jetzt vom Gegenteil überzeugt. Also anscheinend will die Mehrheit von meinen Zuschauern zumindest, das ist vielleicht nicht so repräsentativ für die Gesamtspielerschaft, vielleicht sind die Leute, die jetzt hier gerade auch auf einem YouTube-Kanal zuschauen, eher die, die schon ein bisschen mehr spielen. Und viele Gelegenheitsspieler sind vielleicht jetzt gerade gar nicht überhaupt hier auf YouTube, sondern, oder jemals auf YouTube. Und von denen hören wir vielleicht die Meinung dann nie. Aber ja, aus meiner Sicht ist Endlos-Baragon etwas, was wir nicht brauchen. Und was sogar eher dann negativ wird. Und dazu kommt auch noch, die Entwickler haben mal, und ich weiß, die Aussage von Entwicklern ist inzwischen wertlos, aber sie meinten mal vor langer, langer Weile, dass Diablo 4 ein eigenes Spiel wird. Und sie haben gesagt, bei Diablo 4 wird es immer ein finites Power-Level geben. Also kein unendliches Paragon-System. Sie meinten, es soll in Diablo 4 möglich sein, einen perfekten Charakter zu haben, wo man weiß, so, hier an dem Punkt ist Schluss. Und auch dieser perfekte Charakter ist aktuell sowieso ziemlich unmöglich, außer für Rob, der die Items von sonst wo bekommt. Aber Items mit drei Greater Affix und so weiter und Masterworking dreimal getroffen, ist ja eh schon so schwer. Das heißt also, diesen perfekten Charakter wird man auch jetzt schon nicht erreichen. Selbst als Vielspieler erreichst du diesen perfekten Charakter nicht. Aber trotzdem ist es theoretisch möglich, einen perfekten Charakter zu erreichen. Und ich finde den Ansatz viel, viel besser als den Ansatz, dass es immer weiter und weiter und weiter geht. Und die Zahlen dadurch immer größer und größer. Das Problem für mich aktuell ist eher der Paragon-Baum an sich, weil dort eben viele der seltenen Knoten nicht wirklich stark sind aktuell. Durch Masterworking und Tampering wurden die dadurch jetzt auch noch entwertet. Und oft ist es jetzt so, dass man nur von einem Brett zum anderen die Glyphen sammeln möchte. Also nicht die legendären Knoten, sondern wirklich nur so viele Glyphen wie möglich. Aber für mich ist es eigentlich gerade spannend, dass man eine gewisse Anzahl an Punkten hat. Und mit denen muss man eben im Paragon-Baum so effizient wie möglich sein. Das ist eigentlich gerade das, was mich am Charakter-Building reizt. Dass ich genauso viele Punkte habe wie jeder andere, aber vielleicht trotzdem ein bisschen mehr rausholen kann aus dem Paragon-Baum, weil ich mir noch eine andere Abkürzung suche. Aber einfach nur, hey, ich muss jetzt, ja, ich komme da nicht hin, ja, dann fahre ich mich jetzt nochmal 10 Level, dann habe ich es eh erreicht. Und dann wird ja immer voller und voller und voller der Baum. Das reizt mich gar nicht. Ich finde auch, dass der aktuelle Paragon-Baum gar nicht dafür gemacht ist, dass man dann immer mehr und mehr Punkte frei spielt. Also viel besser fände ich einen gut balancierten Paragon-Baum, wo auch die seltenen, also die gelben und die kleinen Knoten trotzdem auch ein bisschen mehr Bedeutung haben als jetzt gerade. Also da muss nochmal ein bisschen was an den Zahlen geändert werden. Aber dann ist das für mich trotzdem das bessere System. Wenn jetzt ein Endlossystem kommt, werde ich trotzdem nicht aufhören. Ist klar. Ich werde das dann, ich hoffe, dass es dann trotzdem gut wird, wenn sie es machen und gut durchdacht wird. Aber von mir an der Stelle will ich trotzdem einfach nochmal sagen, ich bin dagegen. Nein, das klingt so, als ob ich jetzt immer rummeckern und gegen alles bin. Aber ich fand die Idee immer ganz geil, dass Diablo 4 eine eigene Identität hat und kein Diablo 3 wird. Nicht, weil ich kein Diablo 3 mag, sondern einfach, weil ich das schön fand, die Perspektive, dass Diablo 4 was Eigenes ist. Und wo jetzt nicht einfach ganz billig ein Feature nach dem anderen von Diablo 3 übernommen wird, weil sie schon wissen, dass das dann keinen Shitstorm auslöst. Ja, und damit beende ich mal das Video. Ich freue mich auf die Diskussion in den Kommentaren. Bleibt sachlich und schlagt euch nicht die Zähne ein. Und ich bin gespannt, was am Ende bei der Umfrage rauskommt, in 22 Stunden ungefähr. Also quasi, wenn die 24 Stunden alt ist, dann wird die nämlich noch 4 oder 5 mal so viel Teilnehmer haben wie jetzt. Dann bin ich sehr gespannt, wie die Prozente aussehen werden. So, und damit beende ich das Video. Macht's gut. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Prozente aussehen wird.